Okay, jetzt da! Oh man! Ja, ja, was du los, ihr Leute, hier ist wieder der Benni Unterhaubner von D-Buddy's Zocken zu dem neuen Fortnite-Video. Wir werden heute was cooles machen, nämlich ein paar Wids verschenken. Wir hatten ja in letzter Zeit richtig viele Bobs am Ende. Und wir machen das heute so, wir gehen in eine Runde rein, rasieren und werden am Schluss dann den Gegner gewinnen lassen. Also ein paar Siege her schenken, mal gucken, werden wir zwei, dreimal auf jeden Fall machen und ich würde sagen, auf geht's in eine Runde. Okay Leute, auf geht's Richtung Tilted, ich habe natürlich einen absoluten Tryhard-Skin am Start. Wer den noch kennt, schreibt es mal rein in die Kommentare und wir werden hier auf jeden Fall Tilted ein bisschen clean, rasieren. Habe ich Bock drauf, die ganzen Schwitzer, die hier gelandet sind, die werden jetzt direkt mal down gehen. Ey, ich wollte eigentlich nicht die scheiß Kiste abwornen, aber okay. Ja, Babelutsch mal und du snipest auf den ersten Gegner, oder was? Ja, habe ich Bock. Hast du Bock? Also, leider habe ich getroffen. Schade, Mann, aber die werden alle noch aufs Maul bekommen, Leute, da bin ich mir sicher. Ich habe auch direkt eine geile Pump bekommen, also, mal gucken. Ich freue mich schon auf den ersten Fight. Hast du Minis? Ja. Äh, leider nur einen großen Atelier, aber Minis nicht. Oh mein Gott, er wirft eine MLG-Nade. Ohohoho, Legende. Okay, ich glaube, die Gegner haben Bock. Der Typ hat gerade ernsthaft eine Granate durch das Fenster reingeworfen vor dem Trump-Talk, glaube ich auch. Also, muss man ihm lassen. Props ging raus. Bei mir läuft aber auch mit dem Loot ganz krass. Ja, ich bräuchte noch ein Schild dran, dann wäre ich gut to go. Ja, aber komm, 150 Leben reicht. Oder eine SMG wäre auch nice. Ey, das sind hier Ansprüche auf höchste Begrüße. Ey, ich habe eine graue Taktische, also, okay, die ist beschissen. So, hier. Ich würde sagen, wir gehen da raus. Da gehe ich nochmal nach unten Holz abbauen und dann ruhen wir uns wirklich die ersten Gegner. Hier im Osten bei mir. Ich komme mit, auf jeden Fall, Mann. Action. Ähm, Trump-Talk geht auf jeden Fall auch ordentlich. Ja, ja, das sind weiter unten alle am Fighten gerade. Ich habe hier eine Festung. Eine kleine. Okay, nice. So, Gebäude ist jetzt ein bisschen bereinigt worden. Oh, du fightest schon. Ich will mitmachen. Howdy, howdy. Der ist weak. Der eine hier ist genockt. Okay. Oh, der war ja nirgendwo. Ah, Luftballon-Typ. Jetzt check ich es, warum er hier ist. Unter uns könnte auch noch einer sein. Achtung. Ja. Aber ich glaube, die haben alle nicht mehr so viele Leben. Nice. Ich habe den gefinisht. Der will, glaube ich, hier hochkommen. Oder hat es so tut? Dürr, mache ich nicht so much. Er ist runter. Ich habe Angst, dass oben noch wer ist. Ich habe nämlich gerade nicht so viele Leben. Ist tot. Ich glaube, irgendwo baut er noch einen, oder? Ja. Ja, da ist definitiv noch irgendwo einer. Er hat einen Hit noch bekommen. Komm, den holen wir uns. Da ist der unten. Rein in die Action. Nice, auch tot. Oh, Hauptmann erklärt hier mal alle Gegner weg. Uh, grab da nicht Bock. Alles safe machen hier. Ähm, warte, ich sehe gar nicht, wie viele Kills du hast. Wie viele Kills hast du? Drei Stück. Oh, nice läuft auf jeden Fall. So, ich habe... Vielleicht ist noch wer hier. Ja, vielleicht ist noch wer hier. Ich habe auch irgendwo einen Madkit gesehen. Das würde ich ganz kurz suchen. Ja, habe ich weggeworfen. Warte. Okay, Leute. Der vorher uns im Bunker ist noch ein Gegner am Start. Macht er Action? Drift er? Er ist, glaube ich, nicht so gut. Das wäre so ein Typ. Das ist ein Baum. Wir müssen wir gewinnen lassen. Also. Hast du ihn in der Falle? Oder war das er? Äh, nee, das war meine. Aber er zieht durch mit Grappler. Rudi, mach nicht den hier. Habe ich auch gar keinen Bock. Er hat einen 65er Headshot. Noch ein Headshot. Noch ein Hit. Ey, Mann. Der ist anders weak. Also ich sage es dir, der 2 HP. Ey, er zieht mit Grappler weiter durch. Ey, Mann. Das ist ein Los mit dir. Das wäre so ein geiler Bob gewesen. Ich meine, er zieht mit Flugzeug durch. Nein, nein, nein. Ist er das wirklich? Ja, das ist er. Das ist mit Flugzeug hinterher. Wir sind jetzt dieser Upfuck-Tryer, die einfach... Einfach ein Noob-Tür haben, weil du beschwitzt nicht um alles. Da hinten fliegt er. Du darfst... Ja, perfekt. Komm, auf geht's. Komm. Wir könnten auch switchen, dass du auf den Ballern kannst. Ähm, bist du bereit? Ja. Okay. Nee. Warte, wo ist er hin? Ich denke, mit irgendwo Richtung Süden habe ich den gesehen. Ja. Der Schlawiner. Den möchte ich töten. Ey, Mann. Aber da wären auch noch welche, die Baller gerade. Ah, siehst du, am Berg oben 60 und in Solty. Wo am Berg? Ah, da. Kann man da nicht mehr anvisieren am Flugzeug oben? Da ist auch einer genockt. Da ist Wick. Ich habe ihn. Nice. Oh Gott, den habe ich mir noch Babershot mitgegeben. Achtung. Die von Solty unten machen noch Faxen. Achtung. Da kippt mir einfach. Hey, ich kann... Ich bin Idiot. Oh mein Gott, Leute. Wir haben ja ein Battle aufgenommen. Äh, nicht anvisieren. Ich habe mein Anvisier noch ausgestellt. Mein Fehler. Ich check's jetzt. Äh, macht Sinn. Äh, zielen. Hier. Rechte Maustast. Der hat es ganz weitergegangen. Ey, was für ein Fail. Lebt ihr noch? Die sind beide dort noch unten. Okay. Ähm. Äh, endlich. Ich denke mir so, irgendwas passt nicht. Einer nockt. Nice. Der andere ist ein bisschen weiter dahinter. Dann habe ich jetzt Stress gemacht. Oh. Achtung, Achtung. Ist er tot? Nee. Nee. Warte, der... Er ist unter mir. Ja, ich sehe den. Er kommt jetzt. Achtung, jetzt mit Raketenwerfer könnte er Faxen machen von oben. Äh, nee. Er hat den gerade nachgeladen. Nee, nee, Bruder. Nicht so. Was macht er denn jetzt hier für Tactics, Mann? Hä? Mein Grappler funktioniert nicht mehr. Was? Ich ballere den da hoch. Da funktioniert nichts. Er verballert nur Schüsse. Na, Bruder. Komm, editier nochmal. Oh, ist ein guter Spieler. Warte, ich geh mal runter. Okay. Wo ist er? Ganz oben jetzt gleich. Das ist ein gar nicht so schlechter Spieler, Mann. Muss man ihm lassen. Aber was bringt ihm das da oben? Warte, ich balle euch runter. Er blickt runter. Er ist tot. Erstmal Falsch hat er bekommen. Was war das für ein Move von ihm? Ähm, aber den Raketenwerfer, den nehme ich mal dankend mit. Ich habe auch einen goldenen Raketenwerfer bekommen. Also, hast du noch Minis? Ähm, nee, leider nicht. Ich habe gar keinen Heal. Liegt hier irgendwo jetzt einer? Nö. Gegner mit Charpet. Insulti. Einer hat Hit. Okay. Ich habe 13 Raketenwerfer Schuss. Also, wo sind sie? Lass, dass wir keinen Heal haben. Einer am linken Haus und den anderen sehe ich nicht. Der muss auch irgendwo in der Stadt sein. Granaten fliegen auch von irgendwo. Pass hinter uns auf, der kommt, ich stehe. Wer wirft Granaten? Hinter uns, glaube ich. Was ist hier wieder los? Ja, vom Berg oben. Ich ziehe mal kurz durch. Wollen wir Richtung Solte reinpushen und die holen? Ja, Budi, mit dem hast du nicht gerechnet. Mein Crappler funktioniert noch immer nicht. Was ist da los, Mann? Der ist richtig verpackt. Ich will jetzt kein Bau-Battle machen gegen den Typen, man. Die anderen können uns runterballern. Ich balle euch runter, oder? Ist er ganz oben, oder was? Ich bin ganz oben, nee. Er springt runter. Oder versucht es. Ich habe den. Okay, nice. Pass auf, Südwesten sind noch welche. Kannst du Heal mitnehmen, wenn der welchen hat? Er ist alles runtergedroppt worden. Ey, Bruder. Wer ballert da auf wen? Ich habe 19 AP. Ich weiß. Da geht so die Party ab, Mann. Ob die, ich habe bekommen alle Baba-Hits. Der pusht jetzt auch wieder hin. Was geht hier ab? Ich schieße jetzt einfach blind da unten rein. Tone macht auch übelst Auge. Der hat wieder Headshot. Ich habe so viel Damage gemacht. Warte, neben uns ist, glaube ich, einer, oder? Ja, ich brauche Hilfe. Hast du es genockt? Nice. Wo ist es denn, mate? Ich suche ihn gerade. Du bist hier, okay. Der könnte hier im Westen sein. Da unten steht er. Ne, warte, das ist der. Der im Westen. Der ist da hinten. Geht gerade hoch. Oh mein Gott, du hättest mich gerade fast geklärt. Oh, schon wieder, Digga. Ich brauche den Heal. Könnte du meinen Heal. Ich mache da hinten noch Stress. Er hat wieder Fallschaden bekommen. Er hatte nur einen Mini, Mann. Warum funktionieren meine Crappler nicht mehr? Wir müssen auch in die Zone. Das ist halt ultra scheiße. Ich habe drei Jumpets. Leute, das ist eine Schwitzerrunde. Ja, da auf dem Berg sind zwei oben. Okay, ich weiß nicht, ob wir da hoch sollten. Du hast fast keine Leben. Egal. Dann machen wir Surprise. Dann ziehen wir kurz chillen. Brauchst du auch Bandages? Ja, ein Stück oder so. Dann ist ich loot hier nochmal ganz kurz durch. Irgendwie bald mit Raketenwerfen. Schießt aber auf die anderen. Eine Bandage kannst du haben. Liegt hier noch drinnen. Auto, ich auch, Mann. Es geht hier übelst die Party ab. Die Zone stresst ein bisschen. Die stresst ultra. Aber dagegen auch. Nice. Nice. Okay, jetzt müssen wir... Da ist ein Lootjob, den holen wir uns. Oh, er gibt mir mit einem Jump und vorwärtslaufen. Ich brauche jetzt einen Ehrenwert, ehrenwerten Chak-Chak. Puh. Pass auf, du wirst gleich so safe runtergeballert. Da ist einer. Da ist ein Nohand. Ja, lass den Leben. Den müssen wir killen wegen dem... Ich loot hier auf jeden Fall nochmal ein Heal. Da pushen dich zwei. Die sind hinter dir, die kommen hoch. Und ich habe keine Materialien mehr. Sieh durch. Versteck dich. Bleib ruhig. Da ist ein Mann gerade Gegner neben mir. Ich habe den einen von dir da hinten zwei ordentlich hits gegeben, der hat minus 90. Bleib drinnen, bleib da. Bleib stehen. Jetzt einfach ruhig stehen bleiben. Ja, die sind bei dem einen. Warte, welches? Was ist vor dir? Ich laufe mir zu dir rüber, okay. Ja. Ich riskiere. Nein, was mache ich? Oh mein Gott. Ich habe einen von denen genockt. Nice. Perfekt, Mann. Der andere ist außerhalb. Der wird sterben. Ist tot? Nice, okay. Nein. Wir haben ihn vier. Warte, das ist der letzte Gegner. Ich habe ihm einen Headshot gegeben. Den müssen wir gewinnen lassen. Den müssen wir gewinnen lassen. Oh Gott. Ich gehe mal in die Zone kurz. Ja, warte, ich gebe mir gerade noch ein bisschen hin. Oder sowas. Komm raus. Er kommt raus, okay. Warte, ich tanze für ihn. Okay, komm, wir tanzen. Wir tanzen. Er macht jetzt ernsthaft Tryhardt mit Raketen. Ey, er baut sich nicht richtig. Guck mal, wie er schwitzt. Digga, wir gönnen dir einen Win. Warte, ich droppe sogar die Waffen. Ich droppe sogar die Waffen. Er macht doch Schwitzer. Er macht einfach einen Schwitzer. Checkt er das nicht. Hä? Er checkt es nicht mal, oder? Ich kann es so unter dir. Warte. Noch jetzt. Oh Mann. Gischt es für Gönnen, Leute. Ja, das war direkt der erste Versuch. Bis zum Ende gezockt. Er hätte auch nur noch 75 Leben gehabt. Ich würde sagen, wir jumpen jetzt in die nächste Runde. Und machen das nochmal. Also, Wins verschenken. Weihnachtszeit, Leute. Liebe geben, ihr wisst Bescheid. Also, auf geht's. Okay, Leute. Da vorne ist das letzte Team. Da wollen wir jetzt noch einen töten. Und dann lassen wir den anderen natürlich wieder gewinnen. Und ja, wir pushen da hin. Oh, die haben sich einen fetten Bunker da oben gebaut. Und snipe ein bisschen runter. Läuft bei denen. Ich nehme mal die Bäume hier als Deckung. Oh, ja, der snappt da gut runter. Der snappt da gut, Mann. Der hat Bock drauf. Ich würde die so gerne einfach runterschießen. Ja, mache ich auch. Und irgendwo ins Thron. Da. Jetzt war es das dann mit dem Highground-Jungs. Die machen da ordentlich Paxen. Das sind gar nicht so die schlechten Spieler. Ja. Du hast so den anderen nicht mehr gewinnen. Okay, den anderen müssen wir gewinnen lassen. Der geht ganz hoch. Ja, der will es echt wissen. Warte, lass runterkommen und unten tanzen. Oder wir gehen in die Zone und tanzen in der Zone. Okay. So. Wir warten einfach auf den. Ja, sein Mate lebt aber noch. Achso. Dann ist schwierig. Den revivet er gerade. Nee, der revivet er nicht. Runterballern. Ich habe ihn einmal angeschossen. Der stirbt jetzt. Ich hoffe, er kommt runter. Okay. Ist der noch oben, der Mate? Ja, der ist oben. Okay, dann können wir jetzt das abballern. Nee, warte, der ist auch unter dem revivet er wirklich. Ey, das kann er nicht ins Kieren. Schafft er das jetzt ernsthaft? Ich warte mal, wir gucken mal. Sonst müssen wir den nochmal töten. Ich sehe die zweiten sich nicht. Doch, beide leben. Ich wollte mir Jumpshot geben. Ich habe so Angst, dass jetzt einer davon stirbt, Mann. Der andere ist so außerhalb. Einer davon muss sterben. Ja. Warte, lass mal in die Zone gehen. Die haben sonst zu viel Stress. Lass in die Zone. Ich will lieber noch ein bisschen aufhalten hier. Okay, einer knockt. Der ist down. Okay, nice. Der ist down, Leute. Dann lass jetzt tanzen. Ja. Ich habe alles weggeworfen. Ich werfe auch alles weg. Der geht unten rein. Denkst du? Er kommt sogar hoch. Nee, ich habe alles weggeworfen. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Ich tanze hier schon. Okay. Der tryhardet weiter. Er wollte einfach weiter tryharden. Er hat ihn nicht gejuckt. Er juckt ihn absolut nicht. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, wir haben zwei Wins hergeschenkt. Wir hoffen, euch hat das Video mal wieder gefallen. So funktioniert das Ganze. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.